Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Co-Craft. Ja Leute, ich weiß, gestern kam schon eine Folge Co-Craft, aber davor kam lange nichts mehr um Co-Craft. Deswegen mache ich heute nochmal ausnahmsweise eine Folge Co-Craft. Eigentlich sollte heute eigentlich Overwatch die zweite Klassenvorstellung kommen. Aber das hat nicht so funktioniert zeitlich, wie ich es mir dachte. Und deswegen habe ich jetzt nochmal schnell eine Folge Co-Craft aufgenommen. So, ich werde die beiden jetzt hier mal kurz looten. Du auch noch? Nein, aus. So Leute, ich bin langsam auch auf Level 34 und ich werde mich auch die nächste Zeit mal erkundigen, wie ich jetzt den Crafting... Oh, scheiße, passt nicht mehr. Dieser Block hier. Nee, nur die untere Hälfte. Nur die untere Hälfte passt nicht. Zack, jetzt passt es wieder. Ich werde mich jetzt die nächste Zeit auch erkundigen. Habe jetzt auch mittlerweile so ein bisschen mein Handy hier liegen, Leute. Um mir ein paar Crafting Rezepte rauszusuchen. Und zum einen wird es jetzt das Crafting Rezept auch mal langsam für den Minecraft Verzauberungstisch sein. Denn ich möchte mal langsam ein bisschen VZ auf meine Sachen bringen. Und habe hier das Crafting Rezept für den Zaubertisch Herstellung. Und zwar brauche ich vier Obsidian, zwei Diamanten und ein Buch. Joa, ein Buch sollte nicht schwer sein. Papier und Leder. Oder ein Villager-Dorf, was ich ja bisher noch nicht gefunden habe. Ähm, oder natürlich... Oder natürlich... Oder natürlich... Nein! Nein! Du Pissgeburt! Nicht schon wieder! Oh, Junge! Du gehst mir auf den Sack, aber das war meine Dummheit. Ich bin zu schnell wieder dran gegangen an das Vieh. Ich muss da immer aufpassen, wenn hier was läuft, ja. Irgendwas, was hier am Laufen ist, sprengt immer irgendeinen Scheiß hier in die Luft, ja. Ich hoffe einfach, da wächst nochmal Gras drauf. Aber normalerweise ja, ne. Das müsste nochmal, wenn der Gras drauf wachsen. Ähm, und zwar... Ich wollte gerade mal kurz eine Stufe craften. Ähm... So. Seht ihr das, was da läuft? Diese Dinger. Die bringen mich noch um. Ohne Witz. Erstmal umgucken jetzt. Ist hier irgendwo noch ein verdammter Creeper? Da ist, glaube ich, einer. Ja, das ist ein Creeper. Aber wisst ihr was? Der ist sehr weit weg. Wenn er jetzt nicht vorhat, hier in die Richtung zu laufen, lasse ich ihn leben. Ähm... Ich bräuchte mal kurz das Crafting-Rezept für Treppenstufen, Leute. Einen Moment. Ja. Währenddessen kann ich was erzählen, Leute. Eigentlich wollte ich ja, wie gesagt, Overwatch das zweite Gameplay von dem zweiten Charakter bringen. Ähm... Habe ich aber nicht geschafft. Habe ich aber nicht geschafft. Aus dem Grund, dass ich es nicht geschafft habe. Aber warum habe ich es nicht geschafft? Ja. Ich brauche erstens Bruchstein. Mit normalem Stein ging das nämlich nicht. Das ist Bruchstein. Ja, Leute. Ich habe es nicht geschafft. Aus Gründen, die mir so ein bisschen unerklärlich sind. Ich habe zeitlich gesehen Misfits geguckt. Und habe es dann auch zeitlich echt nicht mehr gepackt gehabt, das da noch zu machen. Ähm... Das ist aber jetzt keine Ausrede meinerseits gegenüber. Sondern eher, ey, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe. Ich möchte mich dafür herzlich entschuldigen für die Leute, die vielleicht immer noch auf dieses Gameplay warten. Es wird, Leute. Es wird kommen. Es wird definitiv kommen. Ich weiß. Es wird auch definitiv noch diese... Ja, diese Woche geht ja nicht. Weil die Folge ist ja jetzt schon für Sonntag hier. Und das ist ja für heute Sonntag. Äh... Aber im Laufe dieser Woche werden definitiv noch zwei Gameplays in Hinsicht auf, ähm... Overwatch kommen. Ich habe doch irgendwo eine Axt, ey. Warum ich nie diesen ganzen Scheiß dabei habe, ne? Ich habe nie was dabei. Ich habe das ja für ein Messer alles ausgepackt. Ich besitze gar keine Axt mehr, Leute. Jetzt muss ich natürlich herausfinden, wo sich meine ganzen Klamotten befinden hier. So, vor allem das Eisen brauche ich. Das kann ich hier auch machen. Äh... Sticks habe ich jetzt keine dabei. So. Eine Axt. Boom. Ähm... Ja, Leute. Die Sache ist, äh... Das wird auf jeden Fall diese Woche jetzt noch zwei, drei Vorstellungen geben. Die werden auch kommen. Äh... An welchen Tagen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann die nächste Folge von... Marika und mir zusammenkommt. Ja. Das ist derzeit fraglich. Das ist natürlich jetzt genau in meinem Eingangsbereich. Befindet sich einfach der... Der untere irdische Eingang für mein Truhenlager, was da jetzt da reinkommen soll. Ähm... Und das ist natürlich jetzt ein bisschen nachteilig gesehen. Aber, Leute. Das ist nicht schlimm. Es ist ja nicht schlimm, dass ich Scheiße baue. Ja. Ich habe euch ja immer gesagt, irgendeiner muss ja auch Kacke bauen. Äh... Wie mache ich das denn jetzt am besten? Dass da dran sitzen... Einfach mal kurz einen Block drunter positionieren und dann hoch. Hoch. Ja. Genau so. Genau so muss die Treppenstufe sein. Ja. Genau so muss die sein. So. Das sieht besser aus. Bumm. 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 Dann haben wir auch endlich mal Treppenstufen, die funktionieren, Leute. Und nicht immer mit diesem Jump-Teil hier. Ne, wir haben Treppenstufen. Ja. Wir sind zivilisierte Menschen, die Treppen benutzen. Ich brauche viel mehr an Holz. Oder Truhen. Hier müssen irgendwo noch Truhen sein. Oder hat der... ...Creeper die vielleicht zerstört? Es scheint so. Oder trage ich noch welche mit? Nein, ich trage keine mehr dabei. Das heißt, ich brauche Holz, Leute. Ich brauche einfach viel Holz gerade. Um natürlich jetzt unten Thun zu bauen. Um mir mein Lager erstmal etwas gemütlicher zu machen. Das Lager werde ich natürlich nachher auch noch ausbauen. Und dann ein bisschen größer machen. Tiefer eventuell bauen. Denn das Lager wird dort bleiben. Ja, es wird dort bleiben. Nachher werde ich die Mine zubauen. Und die Mine dann vermutlich auch noch verschachteln zum Truhenlager. So, dass ich dann irgendwann mal genug habe, um dann auch sehr viel zu safen, Leute. Ne, so muss das natürlich auch sein. Und, ähm... Ich bin auch am überlegen, ob ich diesen Server hier eventuell mal auf einen Online-Server kloppe. Und dann noch Leute raufhole, die mitmachen wollen. Oh, meine Blumen haben alle den Creeper-Angriff von der letzten Folge überlebt. Das finde ich super. Ja, wie gesagt, Leute. Ich bin da am überlegen, ob ich dieses Teil hier mal auf den Dings hochladen soll. Auf einen Online-Server. Und dann eventuell noch einige Leute mit dazu holen ins Boot. Natürlich ist das ein bisschen blöd. Ne, der hat dann nur so viel. Naja, das ist aber egal, Leute. Es ist ja kein PvP-Projekt. Ne, es ist ja scheiße. Ich habe es tatsächlich so gebaut. Äh, eine Truhe. Zwei Truhen. Okay, so geht das. So geht das hin. Dann muss ich die Truhen so bauen. Und das funktioniert. Ich habe wieder keine Truhen. Es hat nicht gereicht. Ja, es hat nicht gereicht an Truhen. Es reicht aber hundertprozentig immer noch nicht an Truhen. Habe ich hier noch dunkles Holz drin? Ne, habe ich nicht. So, ihr wisst ja, das dunkle Holz ist für mich für Truhen und sowas. Und das helle Holz eigentlich nicht. Das helle Holz ist für mich zum Craften. Gedacht für das Haus derzeit. Naja, weil anders geht es ja gerade nicht. Äh, fehlt schon wieder was. Ich brauche viel mehr Holz. Ich dachte, das würde reichen erstmal für ein paar Truhen. Ich habe zwar noch ein paar Truhen, aber ich muss natürlich jetzt auch einiges umlagern. Erst einmal in die Unterirdische. Da muss ich, also ich muss das Unterirdische ja auch noch mit einer Türe irgendwie ein bisschen zubauen. Damit da nicht irgendwann mal ein Creeper reinrennt. Ich da reinrenne und der Creeper da unten steht und auch schon auf mich wartet, ne. Am besten werde ich irgendwann mal einfach dieses Ganze hier abholen. Ich bin ja jetzt auch in den letzten Folgen, so wie im Livestream, schon einiger Male den Türo von der Schippe gesprungen, kann man sagen. Und, ja. Da habe ich mir so gedacht. Boom. Ähm, ich sollte vorsichtiger werden. Ich sollte definitiv ein bisschen vorsichtiger werden. Denn, äh, es ist, es ist nicht so gut, wenn ich immer wieder dem Tod von der Schippe springe. Und, äh, ja. Das ist natürlich auch für jeden anderen nicht so interessant. Wenn ich hier jedes Mal fast verrecken muss. Zehn Truhen, Leute. Reichen zehn Truhen erst einmal? Was sagt ihr? Reicht das? Zack. Äh, wie geht das denn jetzt mit der zweiten Reihe? So, dann hätte ich hier noch eine Reihe. Das heißt, ich würde reinkommen und hätte dann direkt Truhen. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich gehe davon aus, das ist hier schon zu hoch. Ja. Gut, ich hätte vielleicht tiefer graben sollen. Aber, äh, was nicht ist, kann man ja noch, ne? Ich brauche eine Schippe, verdammt. Das war eine Schippe, ne? Ja. Das war eine Schippe. Ne, ich glaube, das reicht so schon von der Größe her. Perfekt, Leute. Und dann könnte ich natürlich hier jetzt die zweite Reihe machen. Ja, das gefällt mir aber nicht. Ich lasse das, glaube ich, erstmal einmal so. Okay. Ich gehe nochmal kurz ins Bettchen, Leute. Obwohl die Runde ist, ja, die Folge geht ja auch schon wieder Ende nahe so ein bisschen. Ich gehe jetzt nochmal ganz schnell pennen, Leute. Ein paar Minuten haben wir noch. Dann versuche ich noch kurz, äh, schon mal ein bisschen Crap, etc. in die Truhen reinzubringen. Ja, heute ist wieder so eine, so eine langweilige Aufräum-Story hier. Ja, das, es tut mir leid. Ja, ähm, packen wir erstmal hier oben alles an Erde rein. Ja, hier können wir erstmal alles an Bruchstein reinpacken. Hier unten an bearbeiteten Bruchstein. Ja, das ist dann natürlich auch schon wieder, was, was wert ist. So, äh, mal Bruchstein. Äh, hier packe ich Holz rein. Ja, ganz offen hier packe ich erstmal Holz rein. Zack, können wir natürlich hier alles noch ein bisschen sortieren. Zack, haben wir da auch. Und natürlich Materialien. Zack, Eisen, ne, Eisen, Glowstone, Nuggets, Redstone, Eisen. Sticks von mir aus auch erstmal, äh, Knochen, Tinten, Teile, ja, das können wir auch noch mit rein. Zucker habe ich auch noch, das war ein Lebensmittel, finde ich. Wusste ich gar nicht, ich wusste nicht, dass ich Zucker habe. Ja, ich wusste nicht, dass ich Zucker besitze. Gut. Kann passieren, ne? Äh, jetzt habe ich dann jetzt hier noch so an Materialien. Das ist noch Bruchsteinzeug. Muss immer, immer ein bisschen aufpassen, dass sich hier, dass sich hier nichts anschleicht. Ja, soll sich ja nichts anschleichen und mich wieder von hinten vernageln. Lapis haben wir noch, Redstone haben wir auch noch. Ja, das hier sind so die kleinen Nebensachen, die ich niemals vollkriege, wenn ich nicht zusehe, dass ich sie arg farmen werde. Ja, das ist halt so. Gehört ja noch zum Gold. Kann man da hinzutun. Schwarzpulver tun wir zum Glowstone erstmal. Joa, hier oben tue ich jetzt erstmal alles. Warum geht der auf, aber er nicht? Die oberste Truhe geht mal nicht auf. Hier tun wir Wachssachen rein. Äh, hier habe ich da irgendwo auch Krempel gehabt, glaube ich, ne? Oder habe ich das noch nicht gehabt? Na, dann tun wir hier Krempel rein. Aber zum Krempel hätte ich da noch einige Sachen. Führe ich gerade nicht so arg weiß, wofür die Sachen so wichtig zustande sind hier. Hier haben wir Krempel. Ne, mein Fleisch natürlich nicht. Krempel. Hier haben wir noch ein paar Truhen. Da habe ich noch meinen Wizzerskelettschädel. Oh, ein Wizzerskelettschädel hat er auch. Ja, habe ich auch. Habe ich extra für euch gefarmt, Leute. Ist gelogen. Habe ich gefunden. Nie dran gedacht. Aber ich könnte es ja vielleicht mal irgendwo aufstellen. Und vielleicht kommt ja Hero Brine nachts vorbei und setzt da noch ein paar andere Schädel drauf. Ich habe ja noch Seelenstein. Ehe mal noch ein bisschen zum Pflanzen. Leder ist auch ein Verarbeitungsteil. Krempel. Zack. Bruchstein. Andersid. Zack, zack. Tun wir den Rest rein. Die sind leer. Ja. Zack. Hier haben wir Diorit. Sand. Bruchstein nicht. Erde haben wir auch woanders noch. Kies habe ich hier. Hier habe ich noch mehr Kies. Wolle. Weiße Wolle. Schnee. Ist ja kein Material eigentlich. Ich tue mal zum Krempel, glaube ich, ne? Ah, das tue ich hier rein. Erde. Ja, ich behalte auch einen Teil Erde. Aber warum tut er das? Kann ich euch bald sagen. Hat eigentlich keinen so arg großen Sinn, wie ich mir jetzt eigentlich so überlege, Erde zu sammeln. Aber. Aber, Leute. Aber. Natürlich hat es alles etwas Sinn. Ja. Ich werde das hier alles später mal weiter sortieren. Sage ich jetzt offen und ehrlich. Zack. Erstmal, dass wir hier draußen die Truhen leer haben. Ja. Aber wir sind schon wieder bei 16 Minuten, Leute. Normalerweise müsste ich jetzt wieder Feierabend machen. Werde ich jetzt auch tun direkt. So, Leute. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die ESL One verfolgt habt, dann lasst einen Daumen nach oben da. In dem Sinne, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Xaxa. Ciao. Ciao.